Die Schlager-News des Tages im Gala-Ticker Angelo Kelly gratuliert Tochter Emma mit süßem Schnappschuss zum Geburtstag. Schlager 2022 Alle Infos und News zu ihren Schlagerstars im Gala-Ticker 7. März 2022 Angelo Kellys Tochter ist schon 16. Happy Birthday, Emma. Die Tochter von Angelo Kelly, 40, feiert bereits ihren 16. Geburtstag. Dass Familie bei den Kellys großgeschrieben wird, zeigt der Sänger immer wieder mit privaten Fotos seiner Liebsten. Jetzt widmet der fünffache Vater seiner Tochter Emma auf Instagram seine ganze Aufmerksamkeit. Happy Birthday, liebe Emma. Wie die Zeit vergeht. Gerade warst du noch unsere kleine Emma und nun bist du schon 16. Schreibt der stolze Papa in den sozialen Medien zu einem Kindheitsbild, das seine Kleine am Meer zeigt. Du bist so eine tolle, junge Frau und wir sind sehr stolz auf dich. In Liebe, Papa und Mama, schwärmt Angelo. Was für rührende Zeilen. Schlager-News der vergangenen Woche. Sie waren letzte Woche nicht online. Mehr Schlager-News lesen Sie hier.